So Leute, es geht weiter mit Drang Quest und deine Maus im Bild, wie immer. Ähm, ne Leute, es geht weiter mit Drang Quest und... Komm mal meine Tür zu, dann wäre ich nicht gestört. Ja, wie ihr seht, am Teil fortsetzen. Genau, das sind wir, das hätt's nicht mehr stehen geblieben. Wir wurden allein zurückgelassen. Und wir haben noch gesehen, wie eine Figge im Hintergrund verschwunden ist. In Richtung, in Richtung Lapskausen. Lapskausen, ich glaub sie ist das. Und nun werden wir der Sache erstmal auf den Grund gehen. Eine achte Figge. Ab ins Boot, Mädchen. Okay. Lapskausen, Lapskausen, Lapskausen. Ich glaub da unten rechts... Da Blümlingen? Moment, Lapskausen. Wo ist Lapskausen? Da unten ist Blümlingen, glaub ich. Und jetzt auf jeden Fall Richtung als Neuabteil. Verdammt. Aber da müsste Blümlingen sein. Das Lapskausen nicht in der... Nee. Verdammt. Leute, eine Sekunde, ich guck mal grad nach. So Lapskausen ist gleich. Hm, verschwunden. Ja Leute, ja Leute, ich geb's zu. Ich bin selten blöd. Das Neuabteil. Tschuldigung, ich bin hier im Vergleich total verpleilt in London. Okay, ähm. Soweit ich weiß, müssen wir erst mal mit... Emeliorin, wie heißt die, ähm... Die Ola, genau. Oh! Ist der der Reißen, der mich... der mir geholfen hat, nicht? Muss ich doch... Oh, ach, muss ich da wieder dieser Hormisch akzeptieren? Äh, wisst ich's doch. Ich scheine ja schon in Ewigkeit nichts mehr gesehen zu haben. Ich bin nur immer gut mit den Fischern Tomfischen. Ich hab zwar keine Ahnung davon, aber ich werd das noch lernen. Aber ich soll nur ne Sache mir Sorgen machen, wie bitte. Als ich neulich Tomfischen war, hab ich eine riesige Schattenüberlbrotter gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich war Veteran und ich würd sogar mal mit ihm schnackern. Vielleicht konnten wir mal Lüthier sprechen und gut finden, was ihn gerufen hat. Ähm, ja. Ich möchte, dass du einen Weg findest und möchte, wie mir das hörst, du rufst. Ich kann auch gerne. Das gibt so ne Geschichte von der... ...orle Frau, die Lüthörer auf konnte. Aber die ist nun schon lange... ...ne tot. Ah, lange tot. Trotzdem muss ich... Also, ah. Okay. Genau. Ja. 17. November, 15 Uhr. Hast du gerade die Uhrzeit? Wie? Ja, dann seht ihr mal, wenn ich die aufnehme. Hm. Okay. Eine Frau, die lange tot ist. Wie redet man mit ihr? Genau. Wie wird zu einem Geist? Äh, wie sieht wir zu einem Geist? Ach, ich will, was ich jetzt meine. Nee, hier gibt's. Hm, komm. Ah. Hier, tote Frau war am Slevitaron geboren. Und dann wurde gesagt, dass... Ja. Schön. Ich weiß, ich möchte darum schlafen, damit ihr abends rauskommt und ausruhen. Oh, ich hab viel zu viel Geld, Leute. Viel zu viel Geld. Ich suche eine alte Frau, die tot hier in der Ecke lebt. Ich bin Mose tot. Von mir könnt ihr wohl nix mehr lernen, oder? Ja, ja. Ihr seid lebendig und ich bin tot. Wir haben mir nix geändert abzumachen. Mose tot, nein. Ich suchte die Leveransirene. Juna will wissen, wie man sie daran ruft. Tja, das bin wohl ich. Ich habe früher Rituale gemoggt, um dich zu danken, aber gesehen habe ich die nie. Und ich habe ihnen die Gleichkampf bei diesen Ritualen getragen, denn dann kann ich gerade gut leiden. Das ist eine Schwarzstadt und fließende Verkleidung und Silberschild. Gut möglich, dass man die Viteralen anlockt und kann, weil man diese da kaum erträgt. Ihr braucht einen kaum und guten Wutblick, ob dort mehr. Dann müsst ihr rufen und vielleicht antwortet ihr ja. Okay, ähm. Was war das? Ein fließendes Klet, ein Silberschild und ein Schwarzstab. Fließendes, fließendes Klet. Gibt es hier im Laden hoffentlich. Ansonsten muss ich gleich nochmal kurz aufs Screen. Aufs Screen da nachgucken. Komm, wir brauchen einen Rüstungsladen, wo wir keine Kochen her, sondern heute. Ein Eisenhammer, ein Eisenschild. Sind sie richtig richtig? Was? Hm. Okay. Hm. 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 Irgendwie muss ich mal gucken, wo ich die Sachen herkriege. Okay, Leute, ähm. Noch mal ein kurzer Schnitt. Tut mir leid, aber es ist gerade mir zu doof, das On-Screen zu suchen. Fließendes Klet. Liebeschild. Ich weiß, ich glaube, ich glaube, einen Teil davon habe ich ja schon. Ja, aus Ost-Dog. Ja, aus Ost-Dog. Jolly. Hm. Ist mir egal. Und Schwarzstab? Hab ich sowas nicht schon? Hm. Schwarzstab? Oh mein. Und Schwarzstab? Ja. 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 Kurzer Schnitt und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt meine Überlegung, ich könnte ja einfach mal zu ihr gehen und sagen, was sie brauchen. Oh mein, habt ihr euch was gerufen? Wie mal die Viterran rufen kann? Dann wisst ihr nun, wird das Geiten... äh, wie das Geiten? Wird ein Glück, was müssen wir denn nun dort? In Sport starten, fließen ins Gläde und in Silberfield? Und das muss alles anstecken? Einfach, wo kriegt die volle Outrüstung aus her? Ich frag mich gerne, aber könnt ihr mir noch ein Gefühl tun? Ich habe nicht viel zu mir, aber ich wäre euch ziemlich dankbar. Ich, äh, ich wurde am Privatschein vom Bürgermeister. Dort kann man so am besten rufen, nicht? Äh, okay. Hm, ich weiß nicht, folgt die uns jetzt? Okay, ähm, ja ne, dann... Gleich erst mal noch einen Schritt und dann sieht man sich gleich im Privatschein. Bis gleich. So, Leute! Es gefällt mir mit Dragon Quest. Und, ja, ich habe jetzt die drei Gegenstände. Das fließende Kleid aus... So gute Musik. Äh, das fließende Kleid aus... Brenn-Berg, äh... Und ja, die Stadt unterm... Bekanheit. Äh, es sieht... So aus... Ja, ich weiß, es bringt... Das ist schon einiges. Habe ich mir erwartet. Fließendes Kleid. Den... Äh, Schwallstab habe ich für... Spioni. Komm, jetzt Spioni. Nein, die Weltzeit im P... Oh, hätte ich... Jetzt hörst du das gerade an. Ähm, den Schwallstab habe ich aus... Wasaba. Ausrüsten. Und zu guter Letzt das... Schild. Das Läber-Schild für Sam. Aus... Ähm... Stinsbrock. Genau so hieß die... Hieß der Ort. Ich hoffe jetzt mal, dass alles funktioniert. Oh, moin! Habt ihr einen Schwallstab, das fließende Kleid um die Liebe-Schild? Oh, ihr habt die! Ach, watschi, na gut. Blablabla. Boah. Das war jetzt meine Kölerei, wie ich das jetzt alles gefunden habe. Hahaha, das ist schlimm gewesen. Das ist okay dann. Mit. Na, ich weiß ja, wie sonst treten. Wie tut's die? Du mo... Was, ich soll das ausrüsten? Na, er... Ich kann das gar nicht ausrüsten. Oh, fickt euch. Äh... 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 Keine Lust. Man sieht sich gleich. So, Leute. Es geht weiter mit Dragon Quest. Das dritte Mal heute. Ähm... Ja, ne... Äh... Äh... Oh, moin. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr ja auch keine Schwarzstadt Schließung, Kleid und Diesel beschickt? Oh, ehrlich. Das ist ja fantastisch. Ich kann mal... Auch... Irren Slaves. Wapp. So, dann wollen wir mal... wie... Liveteran-Ropen kämmen werden. Und ich drehe grad so ganz komisch in meinen Kopf. Da ist das jetzt über ne Stunde dran. Uuuh. Oh, groter Liveteran. Herr der Diesel. Wenn du wieder bist, dann komm und deine beschierenden Dinos. Bitte. Wenn das die Bind wird von... Nein, nein, nein. Bitte lass... Bitte lass mich nicht gegen kämpfen. Bitte lass mich nicht gegen kämpfen. Bitte lass mich nicht gegen kämpfen. Bitte lass mich nicht gegen... Liveteran? Nein, nicht nur... Uuuh. Uh, das scheint mir nicht über... ...lichergift. Uuuh. Lackt... ...mich. Hallo, die Veteranen. Ähm, ja. Jetzt werdet ihr erleben wie Jolly stirbt. Nja. Ihr werdet ihr erleben wie Jolly stirbt. Angriff. Ähm. Zauber. Wo ist jetzt ein? Und... Und... Und du Zauber! Moment, ich habe André, mein Typ ist gefallen. Spioni und du greifst nochmal an. Mit einem Anker. So. Zapp. Und... Jolly! Yeah! Und was sagt mir, dass Jolly bei der ersten Attacke tot ist? Ich habe ihn nicht gelandelt. Ehrlich, ja, tot. Ich nehme es ihm gerade nicht übel. Ich würde auch den Schwächsten angreifen und frage mich warum. Egal. Ich frage mich nicht. Äh, Zwischel und dann nochmal Anker. Mit dieser Runde halt nur gestimmt von Sam. Das ist echt ein Wissen. Hm, strange. Egal. Aber wie ihr seht, hat er keine Chance gegen mich. Weil ich bin Ultra-Imber-Mega-Hyper-Zauber-Zisch. Und ja, auch anders. Nächste Runde halte ich da einmal kurz. Wenn er bis dahin nicht schon tot ist. Ich hoffe, er hat ein bisschen mehr aufsetzt. Das letzte Mal. Das ist ja nicht. Das ist, dass er mir gerade absiedelt. Nicht so bedeutend viel. Äh, Falten-Gieb. Fertigkeit nicht. Zauber-Zisch. Und Zauber-Witz. Äh, Mittel-Heilung. Schwupp. Zisch. Das ist immer noch nicht tot, Mann. Der hat echt trainiert. Ich möchte mal wieder gerne aus meinen alten Charakter. Wow. Ich möchte gerne wieder ein Kampfpanzler sein. Das hat mir viel besser gefallen. Aber man kann ja nicht alles haben. Du kannst nicht alles haben. Man kann dir dieses Leben eben einfach nicht geben. Du kannst, du kannst... Ach nee, weil das hätte Jolly überlebt. Oh mein Gott. Schlecht. Echt ziemlich schlecht. Und meine Frames sind gerade ziemlich down. Das war's. Ja, für einen Kampfummel um die 30.000. Neugetragen. Das Schott ist tot zurück. Ein Himmelsgebild. Jolly ist tot. T-O-D. Tot. Uff. Vielen Dank. Ich wüsste nicht, dass... was ich ohne euch gemockt hätte. Aber... Aber was ist denn Levitran? Nein, das kann ich nicht mehr lassen. Levitran. Yo. Das bin ich. Levitran. Die Düdler. Ich war ein Hund und auf einmal hat mich da etwas angepickt. Oh. Das tut mir so leid. Ich hab die Schatten im Worte gesehen und hab dich gerufen. Oh. Das war mir einiges klar. Oh. Aber... So. Streins Telefon. Ah. Aber warum? Ich kann nur noch sprach nicht. Was ist denn das? Ja, aber... Das... Das ist... Das ist ein Talisman von den Fischern. Jo. Der ist hier... Äh... Das hat den Vater gehört. Er hat immer bedauert, dass ich ihn nie haben konnte. Quote. Ihnen habe ich immer so gerne in den Wurzeln. Deshalb habe ich dich... Sicher? Habe das in meinen Förderungen auf... Weder? Ach, Weder war das. Äh... Wiedersehen, der Landeier. Kommt zu lösen. Okay, Leute. Ähm... Ich muss jetzt gerade einen Schnitt machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.